Wunder erleben nur diejenigen, die an Wunder glauben. Nie soll man so tief sinken, denn Kakao, durch den man gezogen wird, auch noch zu trinken. Irrtümer haben ihren Wert, jedoch nur hier und da. Nicht jeder, der nach Indien fährt, entdeckt Amerika. Der Humor ist der Regenschirm der Weisen. Die Lust an der Macht hat ihren Ursprung nicht in der Stärke, sondern in der Schwäche. Moral. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Am schlimmsten ist die Einsamkeit zu zweit. Der Neid, der keinen Weg sieht, begibt sich auf den einzigen Ausweg, ins Verbrechen. Alexander der Große zählte, um sich nicht zu unüberlegten Taten hinreißen zu lassen, jedes Mal erst bis 30. Also, das ist ein wunderbares Rezept. Befolgt es, wenn es nötig sein sollte. Noch besser ist es, ihr zählt bis 60. Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht drauf sitzen.